Werft auf die Grünen, wenn es Windbecksteigerzeit gibt! Feuer frei! Wo ist die Liste? Da geht's in Garten! Eben auf den Tisch! Das ist Traktorvolley, das ist Steigerdreck! Das ist Windbeck, November 2023! 2.3.20! 2.3.20! Feuer frei! Feuer frei! Wir sehen uns beim nächsten Mal. 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 Und... Ruhle, Tiefel! Wärter ist 6, 6, 5, 5, 5... Und... Wir haben einen Merkvergleich, dass der Bremser in die Kamera eingestellt ist. Und den Köpfer auf die letzten Meter stecken. 6,5 Tonnen Sporen. Die wollen natürlich alle die dort Deutsche Meister noch gewinnen. Der Bremser in die Kamera. Ich bin 75,30 Meter. Jetzt auch frei gehen. Bis das nicht erschockt, was der Kurs. Wer schwache Nerven hat, wer schwache Gehörgänge hat, sollte sich die Ohren zuhalten. Hier geht gleich wieder einiges. Der dritte ist schlecht. 6,5 Tonnen Sporen. Hängt den Riemen auf die Ohren, Bastian. Ladendruck. Wo Rauch ist, ist auf Feuer. Das war schon immer so. Könnte auch immer so bleiben. Biokassin oder Blut. Könnte auch immer so bleiben. 8,6 Tonnen Sporen. Wurde, Bremgarten. Er macht sich rüber. Ruder, was hat die Beugel? Der Junge ist ja auch nicht das erste Mal dabei. Überall, wo es ja nicht vorgeschehen ist, ist er dabei. Er hat vorgesagt, aber bleibt er noch dabei. So viel Ruhe hat er heute nicht mehr. Hebel auf den Tisch. Das ist natürlich die Jungs leben dafür. Die träumen nach der Fall, die wissen ja gar nicht mehr, mit sich anzufangen. Außer mit Treffdruckwolling. 39er-Fans. Liebhaber sagen, die beste Form vom 900er, die es hier gab. Er kämpft um die letzten Meter, aber nasse. Ich hoffe, die deutsche Fahrgewicht, ich hoffe, die nicht das Gedick. Nicht, dass er ganz böse wird. Feuer frei, die Bange, Dirk, Kevin Runge. 28er-Fans. 824er-Fans. Zeigt dem Froschmar, wo die Locken hängen. Oh, links links rüber. Da hoffen wir, die Reifen sind ordentlich am Balken. Kevin Runge. Das ist ein bisschen gefährlicher. Die Stadt ist schwer, aber nicht so. Das ist der Passag. Der Verteidigung. Er ist ein wenig gefährlich. Yes, I think so. Hallo, 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 hallo! Alle sollten rot und erdacht nicht. Für mich ist das gut. 72,50! Hey, ja! Jopp, da geht er so gleich wieder. Die Tunnelung seines Rechts kann man von morgen hinsehen. Aber, fahr ich kann denn. Abfahrt für den 18er! Hau den Riemen auf die Orgel! Das war die 10-Ton-Sportklasse. Jetzt gibt es eure Siegererung. Aber rührende Worte von mir. Und dann können wir hoffentlich...